Das war ein Koordinierter Angriff. Wir haben die verantwortlichen Terroristen gefasst und... Vertuschung! Es sollte nicht bekannt werden, dass ein einziger... Das war's für mich. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein Spie, du dolt. Ich habe immer ein Teil des Deutschen Empires. Clive Cross ist nicht mein Name real. Ich habe diese Tags von einigen Untermensch. Surrender! Dammit! Kapitän! Komm in! Clive ist ein Traitor! Ja, er versucht mich zu töten. Ich habe keine Ahnung. Er kam zu mir, zu sagen, er wusste, dass ich dich gefunden habe. Und ich glaube, diesen Traitor zu vertrauen! Entschuldigung! Wo bist du jetzt? Wo kann ich Kross finden? Er ist in der Supercannon, und er wird es auf mich fangen. Wir müssen das Ding rausnehmen. Ich bin so schwer. Ich bin so schwer. Und ich kann auch dir zeitstilumen. Das ist alles, wo ich mich liebte. Ich habe jetzt vor dem, dass ich mich liebte. Ich hab hier ein bisschen gegriffen. Ich hab mich von dir in der Verwaltung überrascht. Oh Gott, du bist so schwer. Aber das alles wird Ihnen. Ich bin traurig wegen der Freie. Ich bin schon den ganzen Monat drauf gefreut, aber Dieter hat jetzt meine Einladung. Wie hast du die überhaupt getreten? Ich bin Rang höher als du und trotzdem kam sofort ein... Der Kommandant schuldete mir was, aber Dieter hat sie mir in letzter Minute weggeschnappt. Warum hast du das durchgehen lassen? Hol sie dir zurück! Sei ein Mann! Wollte ich, ja, aber selbst der Kommandant meinte, ich soll ihn gehen lassen. Angeblich wäre die Vorführung von hier aus besser. Die Vorführung? Du meinst das Sonnengewehr? Sind wir neig? Recht. Der Kommandant schuldigt. 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 Was ist das? Das war's. 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 Das war's.